Rückholaktion der Mafia befürchtet, tonnenweise Koks in Edeka-Bananen entdeckt. Borna, Sachsen, Polizisten mit Maschinenpistolen patrouillieren auf dem Gelände von Edeka in Borna, BA Leipzig. Kriminaltechniker suchen in weißen Schutzanzügen nach Spuren. Hier sollen in Bananenkisten mehrere Tonnen Kokain gefunden worden sein. Jetzt befürchtete man sogar, die Mafia könnte ihre Drogen in einem bewaffneten Überfall zurückholen. Das berichtet das Online-Portal, Tag 2424. Demnach hatte die sächsische Polizei zuvor einen Tipp vom Zoll bekommen, wonach in einem Schiffscontainer in Rotterdam große Mengen Drogen aus Südamerika versteckt sein sollen. Dennoch fand die, Ware, ihren Weg offenbar bis in die Altenburger Straße nach Borna. Bereits am Donnerstag sei der große Fund in der Bananenreiferei des Handelsverbandes gemacht worden. Edeka hatte die Behörden informiert. Wir haben die Polizei dort selbst aktiv eingeschaltet und unterstützen die Ermittlungen, erklärte Edeka-Sprecher Gernot Kasel auf Anfrage. Aus Sorge, die Mafia könnte nun ihre Drogen auf brutale Weise zurückholen, bewachte die Polizei mit einem massiven Aufgebot und Spezialkräften das Gelände, heißt es in dem Bericht. Das LKA hält sich bislang bedeckt. Es laufen seit Donnerstagnachmittag vor Ort Ermittlungen, sagte Sprecher Tom Bernhardt. Auch die Staatsanwaltschaft Leipzig ist daran beteiligt. Zu weiteren Details wollten sich sowohl Edeka als auch das LKA vorerst nicht äußern. Laut Informationen hätte man sogar mehr Drogen gefunden als damals im Fruchthof Meißen. Dort habe man im Frühjahr etwa 2,5 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 40 Millionen Euro sichergestellt. Bereits 2018 waren 100 Kilo reines Koks in Bananenkisten entdeckt worden. Pro Woche kommen tausende Paletten Früchte teils aus Ecuador, Costa Rica, Kolumbien oder der Dominikanischen Republik in den Verarbeitungsunternehmen an.